Ende der Vorwoche hatte die Krone über Bonuszahlungen in bemerkenswerter Höhe berichtet. Vier Vorstände der Signer Prime Selection AG, eine der wichtigsten Gesellschaften im undurchsichtigen Firmengeflecht von Immobilien-Jongleur René Benko, hatten für 2022 in Summe rund 20 Millionen Euro kassiert, trotz einer dunkelroten Bilanz, in der ein Minus von 1,2 Milliarden zu Buche steht. Jetzt hat der erste der vier Vorstände das Handtuch geworfen. Klaus Stadler, seit 2020 im Management der Signer Prime und der Signer Development AG, erklärte laut Krone-Informationen gegenüber dem Aufsichtsrat-Vorsitzenden Alfred Gusenbauer seinen Rücktritt. Der 53-jährige Stadler war laut seinem LinkedIn-Profil in der Signer Group of Companies als Chief Operations Officer tätig und scheint im Firmenbuch noch als Geschäftsführer von mehr als 100 Unternehmen mit Signer Bezug auf. Zum Vergleich, Gründer René Benko nimmt seit einer gerichtlichen Verurteilung vor zehn Jahren, trotz seiner dominanten Stellung im Krisenkonzern, keine Organfunktion wahr. Mittlerweile mehren sich die Medienberichte, wonach Benko nicht mehr das volle Vertrauen seiner Investoren besitzen dürfte. Das Deutsche Handelsblatt berichtete am Feiertag, dass René Benko nach Unternehmensberaterlegende Roland Berger mit Thorsten Töller einen weiteren Anteilseigner verliere. Der Fressnapfgründer soll jetzt auch seine Verkaufsoption ausgeübt haben, schreibt die Zeitung und hält darüber hinaus fest, immer mehr Investoren fordern von Immobilienunternehmer René Benko mehr Transparenz. Ob sich einer solchen Forderung auch der Benko-Großinvestor und Ex-Strabag-Boss Hans-Peter Haselsteiner angeschlossen hat, ist derzeit nicht bekannt. Apropos Transparenz, wenig überraschend kämpft auch die schwer angeschlagene Handelssparte des Konzerns mit dramatischen Verlusten. Laut News steht der Signa Retail Selection AG mit Sitz in der Schweiz Stand Ende September 2022 ein Fehlbetrag von 1,39 Milliarden Euro in den Büchern.